Sailor Moon German Im Namen des Mondes informieren wir euch Macht der Pluto-Nebel! Macht auf! Geschützt und gestärkt von Pluto bin ich hier, um diese Welt zu verteidigen. Ich bin Sailor Pluto! Mein Name ist Ulla Wagener und ich habe die Rolle der Sailor Pluto gesprochen. Sailor Moon German organisiert im Rahmen der Animako in Berlin ein Sailor Moon Event. Am 25. Oktober werde ich dort eure Fragen beantworten und freue mich darauf, eure Autogrammwünsche erfüllen zu können. Pluto! Flieg und sieh! Weitere Informationen zu diesem Event erhaltet ihr bei www.sailormoongerman.com und www.animako.de Wir sehen uns in Berlin. Liebe Grüße, Ulla!